Der Forster FT Serie T 660 EB ist ein äußerst vielseitiges, teilintegriertes Wohnmobil, das sich durch eine kompakte Bauweise und eine durchdachte Ausstattung auszeichnet. Mit einer Länge von 6,61 Metern, einer Breite von 2,35 Metern und einer Höhe von 2,95 Metern bietet es eine ideale Kombination aus Platz und Mobilität, die es perfekt für Paare oder kleine Familien macht. Der Innenraum des T 669 EB ist so gestaltet, dass er maximalen Komfort auf minimalem Raum bietet. Die halbdienette ADL Sitzgruppe bildet den zentralen Wohnbereich, in dem bis zu 4 Personen Platz finden. Die Sitzgruppe kann optional mit einem Hubbed erweitert werden, was die Schlafkapazität von 3 auf 4 Personen erhöht. Standardmäßig verfügt das Modell über 2 Längsbetten im Heck mit den Maßen 2,00 X 0,80 Metern und 1,97 X 0,80 Metermeter, die eine bequeme Schlafmöglichkeit bieten. Diese Anordnung sorgt für viel Beinfreiheit und ermöglicht einen erholsamen Schlaf. Auf der Beifahrerseite befindet sich die Küche, ausgestattet mit einem 135 Liter Kühlschrank, der ausreichend Platz für Lebensmittel und Getränke bietet. Die Schränke und Schubladen sind so angeordnet, dass sie maximalen Stauraum bieten und gleichzeitig leicht zugänglich sind. Ein Kompaktbad auf der Fahrerseite sorgt für ein praktisches und platzsparendes Design, ohne dabei auf den Komfort zu verzichten. Es verfügt über alles Nötige, um unterwegs bequem zu bleiben. Die Außenhülle des T696 EB ist holzfrei und aus modernen Materialien gefertigt, die das Fahrzeug besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit machen. Diese Bauweise gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und schützt vor Wettereinflüssen. Das Fahrzeug bietet zudem eine Frischwasserkapazität von 100 Litern, die in der Fahrstellung auf 20 Liter reduziert werden kann, sowie einen Abwassertank mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern. Als Basis für das Forster FT 660 EB dient der Citroën Jumper mit 140 PS, der genügend Leistung bietet, um auch auf längeren Reisen ein komfortables Fahrgefühl zu garantieren. Der 90 Liter Dieseltank sorgt dafür, dass sie längere Strecken ohne häufige Tankstops zurücklegen können. Falls zusätzliche Zuladung benötigt wird, kann das Fahrzeug auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,56 Kilo aufgelastet werden, was es noch vielseitiger und anpassungsfähiger macht. Mit einem Basispreis ab 33,500 Euro bietet der Forster T 661 EB ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Die Kombination aus komfortabler Ausstattung, funktionalem Design und robuster Bauweise macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Reisende, die Wert auf Qualität und Flexibilität legen. Fazit der Forster FT-Serie T 661 EB bietet alles, was man für eine entspannte und komfortable Reise benötigt. Die durchdachte Raumaufteilung, die hochwertige Ausstattung und die zuverlässige Technik machen ihn zu einem idealen Begleiter für Reisemobilisten, die Wert auf Komfort und Flexibilität legen. Dank der robusten Bauweise und des großzügigen Stauraums ist das Fahrzeug auch für längere Reisen und größere Gepäckmengen bestens geeignet. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und abonnieren Sie uns, um nichts zu verpassen. Ihr Team von Caravan & Cars